Moin Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video, ich bin der Mango. Ja, ich hatte gerade ein paar Probleme mit der GoPro, die ich jetzt gerade eben gelöst habe, hier auf dem Seitenstreifen. Und... Heute möchte ich euch etwas... Das war dann wieder irgendwie richtig geil. Heute möchte ich euch etwas über meine Spiegel erzählen, denn ich habe ein paar Anfragen bekommen über Instagram und YouTube, wo nachgefragt wurde, woher ich die Spiegel habe und wie ich die montiert habe. Weil ein paar anscheinend ein paar Probleme damit hatten, die zu montieren. Inklusive mir, ich hatte auch ein paar Probleme. Deswegen erzähle ich euch mal meine Story zu den Spiegeln. Auch eigentlich super easy. Also, erstmal bestellt habe ich die bei Amazon, das sind die Highsider Montana 2. Und hier bitte darauf achten, nicht verwechseln, die 2 steht für das Modell und nicht dafür, dass man 2 Stück bekommt. Ich habe das nämlich so interpretiert und habe nur einen Spiegel als erstes bestellt. Deswegen hat das ein bisschen gedauert, bis ich beide Spiegel zusammen hatte, um die zu montieren. Genau, das war schon mal der erste Fehler. Und zweite Sache ist, bei der Montage, achtet darauf, dass links bei der XSR 700 ein Linksgewinde ist. Das heißt, wenn ihr hier den originalen Spiegel abmontiert, dann achtet bitte darauf, dass ihr hier nicht nach links drehend öffnet, sondern nach rechts drehend öffnet. Und bei der, beim Spiegel rechts müsst ihr nach rechts drehend öffnen und hier nach, nee, warte mal, jetzt, oh, jetzt bin ich verwirrt. Auf jeden Fall Linksgewinde, Leute, also, bitte darauf achten. Ähm, so, und dann steht euch nichts mehr im Wege. Ich habe hier auch noch so zwei so Stopfen geholt, um das abzudecken. Ich finde es aber nicht ganz so schön, weil der Kopf des Stopfens nicht so perfekt auf dem, also nicht das komplett abdeckt, sondern nur wirklich das Gewinde. Deswegen überlege ich mir da nochmal einen Stopfen zu holen, der es komplett abdeckt, ganz flächig quasi. Ja, aber das ist jetzt erstmal die Lösung. Ansonsten zu den Spiegeln, also die Montage. Ist eigentlich super einfach. Das Ding hat eine Klemme und hier, also einmal gibt es eine Schraube für die Klemme und einmal gibt es eine Schraube für den Spiegel. Super easy eigentlich. Ähm, folgendes Problem aber, die Lenkerenden von der XSR 700 haben einen sehr beschissenen Durchmesser für, ähm, die, äh, für die Lenkerklemme von den Spiegeln. Denn, das passt nicht. Ähm, die, das Lenk-, äh, die Lenkerendgewichte sind einfach zu schmal. Deswegen, wenn ihr das jetzt einfach so dran packen würdet, würde euch der Spiegel einfach runterfliegen. Ähm, in der Lieferung sind aber so, äh, Verdickungen, beziehungsweise, beziehungsweise so, äh, Kunststoffadapter mitgeliefert, äh, die eben solche Sachen, äh, ja, adaptieren. Das heißt, man kann das quasi dazwischenpacken, damit das dicker wird und das passt. Das Problem ist aber jetzt, das Problem ist aber, dass, ähm, hier bei den Spiegeln, beziehungsweise die Kombination aus dem Lenkerende von der XSR 700 und den Spiegeln, das auch nicht passt. Denn, es werden zwei Verdickungen mitgeliefert und eine ist richtig dick, da passt das so oder so nicht, das ist viel zu fett. Und bei der anderen kann man so richtig mit Kraft versuchen, die Klemme reinzuknallen. Aber, das funktioniert leider auch überhaupt nicht. Also, es funktioniert ein bisschen, aber schlecht. Ähm, deswegen habe ich das so gelöst. Ich habe ein paar Panzertape genommen und jetzt mehrere Lagen Panzertape, äh, um das Lenkerende gewickelt, bis es gepasst hat. Äh, dann die Klemme draufgepackt und zugezogen. Und so passt es jetzt super gut. Und, ähm, die Spiegel halt wirklich bombenfest. Also, ich kann hier auch von mir aus lenken, so gesehen. Also, die sind super fest. Ähm, bin auch schon 200 kmh mit denen gefahren und man sieht wirklich mega viel. Vibrationen echt gleich null. Das sind richtig geile Spiegel. Aber ich muss sagen, die haben auch ihren Preis, also die sind schon teuer, finde ich. Ähm, ja, ich habe die Spiegel euch auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt, also checkt das gerne ab. Äh, das ist ein Affiliate-Link, das heißt, wenn ihr über den Link, äh, die Spiegel kauft, würdet ihr mich hiermit supporten. Ich kriege dann eine kleine Werbekostenpauschale von Amazon. Ihr bezahlt aber keinen Cent drauf. Also, das ist einfach nur ein kleiner Support für mich. Wäre mega korrekt, wenn ihr das machen würdet, ähm, um einfach den kleinen Channel hier so ein bisschen zu supporten. Äh, ja, ansonsten würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ähm, ich wünsche euch eine allzeit gute Fahrt, Leute. Viel Spaß beim Montieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao.